so guten morgen berg kameraden mal wieder ein ausflug trekking tour wir haben jetzt ende august wetter ist super also wetter ist super heißt was es sich knapp unter 30 grad niedrige luftfeuchtigkeit wenn wir glück haben regnet es heute nicht wobei das eigentlich kein problem ist aber es ist einfach eine schönere sicht weil dort wo wir hingehen da hat man anscheinend eine tolle aussicht und zwar gehen wir zum tung fort das heißt hier übersetzt difficult also schwierig schwieriges fort also ich hoffe mal dass es nicht schwierig wird da hoch zu gehen aber wahrscheinlich war das fort selber schwierig zu erobern keine ahnung was da der background ist das fort wurde aus dem grund installiert an der stelle das ist so halbe strecke zwischen mumbai und pune um invasionen zu zu vermeiden oder um das um pune zu verteidigen ja und relativ kleines fort es konnte also anscheinend nur etwa 200 soldaten dort untergebracht werden das ding ist etwa 400 jahre alt wird also nicht mehr viel davon übrig sein schätze ich mal aber das gucken wir uns an jetzt fahren wir dorthin etwa zwei stunden fahrt sind es von pune aus und befindet sich falls ihr euch immer ein bisschen auskennt auf halber strecke zwischen pune und mumbai in in der nähe von lonawalla das ist ein ganz bekannter touristenort aus dem touristen am wochenende speziell von mumbai kommen oder halt von pune weil es um lonawalla rum alle möglichen trekking touren gibt und auch so höhlen und so weiter die man anschauen kann jetzt machen wir halt die c autofahrt wieder durch pune durch auf dem highway drauf und ja ich melde mich wieder wenn es los geht bis nachher so jetzt sind wir quasi kurz vorm einstieg noch vielleicht ein paar noch meter zu fahren und zwar hier geht es ein stück noch durch die pampa und dann geht es anscheinend hier hoch ich weiß nicht ob man das auf der kamera sieht auf dem bild sieht aber das ist richtig steil ok ok so freunde der indischen wanderung jetzt geht es los und zwar hier geht der weg hinteren und dann hier direkt hoch auf das Tung Tung fort also wir sind natürlich jetzt der google einweisung folgt von google maps und sind natürlich prompt ein stück 2 gefahren und der offizielle parkplatz ist eigentlich hier also wenn jetzt mal irgendjemand hier her fährt dann vor der eigentliche google anweisung zu parken wo es losgeht ist falsch wo musst du vor bereits links ab vielleicht 500 meter vorher no big deal also bergauf bleibt einfach anstrengend alles grün ja also irgendwie das ding ist hier richtig steil das wäre ich nicht mal das problem aber es ist totally slippery ich weiß nicht ob man das jetzt ganz rutschig alles ja ich weiß nicht ob man es hier sieht der fels ist ganz nass und wie so mit moos und so voll und jetzt sind wir gerade ein stück hoch praktisch geklettert und hier geht es die stufe weiter die stufe sind eigentlich sehr steil wenn es trocken ist sicherlich überhaupt kein problem aber das gleiche problem wieder wie man am anderen track auch gesehen haben wenn das jetzt halt hier regnen anfängt was sehr wahrscheinlich ist heute dann ist das eine rutschpartie hier runter und wenn du hier abrutscht dann geht es halt hier direkt mal richtig weit runter deshalb gehen wir uns zurück und dann überlegt mal was es hier sonst noch in der nähe gibt was er machen können hat bis gleich ja zeig mal deine schuhe geschwind ja technische probleme also vielleicht war es ein zeichen dass wir umgedreht sind weil unsere technischen probleme haben sich jetzt noch vergrößert und zwar in form von diesem problem die ganze sohle kam runter ok also kleine planänderung wir haben uns bei lokals informiert ob es hier irgendwo ein anderes fort gibt das eben angenehmer ist zum hochgehen ohne dass man da jetzt ausrutscht und ständig denkt man stürzt 100 meter ab und wir sind fündig geworden und zwar gehen wir jetzt zum korrigat fort das ist 40 minuten zu fahren von hier und sieht ganz attraktiv aus nur mal kurz die google maps ganz in der nähe also würde ich sagen ja let's go scharren let's go im alm auftrieb wunderbar also ich weiß nicht ob man das so sieht auf dem weitwinkel aber ganz grün so jetzt sind wir bestimmt eine stunde lang im auto rumgeeiert um den trekkingpfad zum korrigat fort zu finden und der ist ein riesiges holiday resort ich glaube wir sind jetzt einmal komplett rumgefahren das nennt sich ambi valley aber jetzt sind wir an der richtigen stelle angekommen ja wir sind natürlich schlecht informiert gewesen aber hier geht es jetzt hoch man sieht es irgendwie in der entfernung keine ahnung wie lange es dauert das foto sieht ganz nett aus jetzt marschieren wir einfach mal los und schauen mal ob wir es dieses mal schaffen hochzukommen wunderbar sehr schön also geht wieder nach oben ist aber nicht weniger anstrengend aber wesentlich gepflegterer aufstieg ganz komfortable treppe mit ein bisschen grün und wenn wir glück haben gibt es nachher noch eine tolle aussicht korrigat fort korrekt ja also geht doch überraschend schnell hier hoch ich glaube das ist hier schon halbzeit den gipfel sieht man vor uns in form von einer fortmauer was haben wir hier rechts für eine höhle irgendeine water feature also in der höhle da war nichts drin und das ist jetzt hier die pampa außen rum hat sich hier mit einem riesen palasten erbaut ich weiß nicht ob man es auf der kamera sieht ich weiß nicht ob man es auf der kamera sieht so kurz vor dem fort und dann gehen wir noch ein Stückchen am fort entlang und schauen mal was im fort los so jetzt sind wir oben am gate schätze mal das war eine stunde etwa hier hoch also eigentlich nichts dramatisches super angenehmer weg klasse ausgebaut was denn? der set up the fine in 1960 5.000 rupiah 1960 oben angekommen am gipfel also so sieht es jetzt hier auf dem fort aus die mauern außen rum das ist wie ein hochplateau hier das ganze ding und eingemauert die 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 das restaurant im ende des universums hier sind die verteidigungsanlagen zu besichtigen so ein bisschen dschungel walk Zeit für mich aufzupassen dass ich nicht wieder hinfall wie bei jeder trekking tour am schluss ok wir sind fast unten trek würde ich sagen sehr empfehlenswert hat Spaß gemacht weil eben stresslos schön ausgebaute autobahn nach oben tolle aussicht alles grün würde ich auf jeden fall sagen empfehlenswert weil nicht schwierig zu dem zum ersten trek hier zu unserem tung fort scary ich komme nochmal wenn der monsoon rum ist im winter wenn alles trocken ist klasse ausgesehen interessant aber ich weiß nicht war komisch auch weil niemand anderes unterwegs war keine anderen ausgeparkt niemand unterwegs wunderbar hier wirklich sehr empfehlen also für alle die einen ausflug machen möchten das ist wirklich klasse hier landschaftlich absolut attraktiv ich weiß nicht ob es im hintergrund sieht ja das ist hier nochmal hier hoch ein blick auf den korrigat fort neben ambi valley also für alle anderen expats die hier sind auch ein